SWISS TXT AG – 2021 Überlasst den Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Genauso wie in Wacom City. Herr Griecher ist ausgelöscht. Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Hey, kommt mal her. Schaut. Die hier eintreten, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren. Er zitiert Dante. Wir fliegen nicht, Jell. Das verspreche ich. Wir sind Veltro. Nachsichtige Wunden auf den Tiefen des Karmus. Verdammte Terroristen! Wir hatten diese Bastarde doch erledigt. Dann habt ihr wohl ein paar übersehen. Und die sind auf dem Schiff. Und jetzt wollen sie mit dem Virus noch einmal angreifen. Sie wollen alles über Terragritia wissen. Und sie wollen Rache. Jill, sieh mal. Das ganze Schiff ist ohne Strom. Das Schiff läuft auf Nordstrom. Aber das Nachrichtensystem braucht den Hauptstrom. Wir müssen den Maschinenraum reaktieren. Aber das wird nicht einfach. Raymond! Sollen wir nach dieser Rache suchen? Gönnen wir. Aber erst nachdem wir den Strom wieder eingeschaltet haben. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Oh, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's. Okay, es war hier. Oh Mist, du... Ich hab sie gefunden. Aber sie ist ein Zombie. Ist das nicht immer so? Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden. Die Rohre sind verbunden. Okay, schon unterwegs. Ich komme gleich zu deiner Position. Ich hab sie gefunden. 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 W так happen. Ich rachel Jill alles okay Heißt das etwa Weltrohrt also auf die FBC betrogen? Keine Ahnung. Vielleicht nutzen sie einfach jeden aus. Im Moment geht es eher darum, dieses Schiff zum Laufen zu bringen. Ich höre etwas. Direkt in die Tiefen der Hölle. Die Tiefen der Hölle. Und das soll das auch mehr in die ganz gloveilung sein. Der Hölle. Der Hölle. Bis zum nächsten Mal.